Hallo, ich bin der Marcel aus der Drum- und Percussion-Abteilung im Soundland in Vellbach. Ich stelle euch heute ein Delray Cajon vor. Hier sehen wir unser Delray Cajon zu 100% made in Germany, ebenfalls zu 100% aus Birkenholz gemacht. Sehr schön verarbeitet, komplett verleimt außenrum. Auch die Schlagfläche ist hier unten verleimt. Hier oben ist sie allerdings verschraubt. Der versierte Cajon-Spieler weiß warum. Man kann so einfach noch ein paar Einstellungen vornehmen. Nach dem Zusammenleim ist hier alles sehr schön geschliffen worden an den Rändern. Es gibt keine groben Ecken oder Kanten. Alles sehr schön verarbeitet. Außerdem haben wir hier drin die Snare-Technik. Das heißt, wir haben zwei halbe Snare-Teppiche drin, die hier vorne die Schlagfläche berühren. Es gibt diesen sehr trockenen Snare-Sound. Und jetzt hört euch das Ganze einfach mal an. Dann möchte ich euch noch was vorstellen. Und zwar, Markus, danke schön. Die Cajon-Bürste Nummer 4 von Schlagwerk. Super Erfindung. Folgendes funktioniert zumindest. Die Cajon-Bürste Nummer 4 von Schlagwerk. Die Cajon-Bürste Nummer 4 von Schlagwerk. Oder kommt ganz einfach bei uns im Soundland vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ciao.